Ey, willst du jetzt wirklich mein Haus abreißen? Na dann, adieu Haus. Toll. Jetzt bin ich wieder obdachlos. Schön. What? Wieso ist die down? Ey, Selvi, nicht dein Ernst. Was ist bei dir los? Da stirbt die einfach weg. Vor ungefähr sechs Monaten haben wir in der Story einen Cut gemacht, um die Guides zu machen, die man für die 100% braucht. Und man kann schon sagen, Red Dead Redemption 2 hat ohne Ende Content zu bieten. Das haben mir die Guides gezeigt. Und ich hoffe auch für euch waren sie hilfreich, dass ihr da auch selber ab und zu mal reingeschaut habt und gesagt habt, Jo, der Guide, der hat mir echt geholfen. Danke dir, lieber Basics. Ja, und deswegen mache ich das, um natürlich euch auch darin zu helfen. Und natürlich will ich auch sehen, was das Game alles zu bieten hat. Aber jetzt sind wir so ziemlich durch. Es kommen noch so zwei Guides, würde ich jetzt mal schätzen, die wir für die 100% brauchen. Aber ich will jetzt einfach mal endlich mit der Story hier weitermachen. Und schauen, ob wir Micah finden, den Verräter. Ihr erinnert euch vielleicht nochmal kurz, was ist alles passiert. Wir haben in der letzten Folge Sadie in Valentine wieder getroffen. Und auch Charles in St. Denise wieder gesehen. Den wir auch hier zu unserer neuen Farm in Beachers Hope gebracht haben. Ja, und Anke ist ja auch anwesend. Wir haben aber leider immer noch keinen Kontakt zu Abigail, beziehungsweise unserem Sohn Jack. Ich hoffe ja mal, dass das jetzt auch noch passiert. Ja, und ihr seht auch, wir haben uns natürlich auch neu eingekleidet mit dem Legende des Ostens Outfit. Ich war jetzt nochmal beim Friseur, hab nochmal ein schönes Bart genommen. Weil ich will jetzt natürlich im Story-Part mal wieder ein bisschen schick und ordentlich für meine Zuschauer aussehen. Beziehungsweise John will das natürlich. Ja, und vielleicht ist es, das habe ich auch, glaube ich, gar nicht in den 100% Guides gesagt. Ich habe mir am Anfang der Guides ein neues Pferd geholt. Und das habe ich natürlich AFA genannt. Ist klar, was Sache ist. Und das Pferd ist auch ziemlich geil. Ich kann euch jetzt gar nicht die Rasse sagen. Sieht man das ja eigentlich? Moment. Vielleicht will ja einer genau so ein Pferd haben wie ich. Äh, Überblick. Ja, wo steht denn das? Steht ja nirgendwo. Aber ich meine, vielleicht kann das ja einer von euch jetzt rausfinden und in die Kommentare schreiben. Ich kann es euch gerade ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube aber, ich habe das in Blackwater gekauft. Na, wie dem auch sei. Ähm. Hier drüben sitzt schon Anke und Charles daneben. Ja, wir gehen jetzt einfach mal rein. Vielleicht schreibe ich es auch einfach im Video hin. Ich schaue nochmal nach und schreibe es dann an entsprechender Stelle im Video hin, wie das Pferd heißt. Ich glaube ein Turgmene, ein brauner Turgmene war das. Na gut, wie gesagt, ich schreibe es rein. Aber jetzt geht es direkt los mit der Story. Moin Leute, habt ihr mich vermisst? Es sind ja wahrscheinlich zwei Jahre ingame vergangen. Seitdem wir uns das letzte Mal wieder gesehen haben. Oh ja, fühlt sich wirklich an wie früher. Heimwerken für Anfänger. Oh ja. Oh ja. Get all angry, it ain't gonna change nothing. You're hopeless, and I mean that literally. You got no hope. I mean, look at you. Look at this place. Your dream home. I've had better nightmares than this dream. Oh, darling Abigail, I've changed. Come live with me in an outhouse. I wouldn't ask my worst enemy to take a shit in. What are you trying to say? It's awful. It's a dump. The house has gotta go. Get some self-respect, you miserable sack of shit. Build a house where the lady'd set foot in. The place just needs a woman's touch. It needs leveling. No woman would touch this place. Now, I reckon these horses can have it down in a minute. Here, come on. Tie that end around the horses. You loop that end around there. Willst du jetzt wirklich mein Haus abreißen? Clean down. We good? I think so. All right. Well, let's get going. Now just pull. You got this, John? I'll go when you do. Na dann. Adieu, Haus. Los, komm schon. Ich hatte dem Pferd mal einen ordentlichen Klaps auf den Hintern gebst. Ach, Züge ziehen. Okay, was muss ich noch machen? Ah, okay. Na Mensch. So, wie kann er das Haus gar nicht aushalten? Ach so, ich muss drücken. Alles klar. Oh, oh. Ja, es gibt nach. Toll. Jetzt bin ich wieder obdachlos. Schön. Ja, ich bin. Ja, ich habe gesagt, es wäre kein Problem. Und jetzt? Jetzt gehen wir in die Stadt, kaufen wir uns eine Haus, direkt aus einem Buch. Gleich wie wenn es ein Bicickel wäre. Wo in die Stadt? Da ist ein Mann bei der Tränenstelle. Kekst, Hardwood und Timber. Okay. Ach so, das war's schon. Ja, was für eine coole Mission. Ja, kann ich jetzt eigentlich noch irgendwas hier im Haus? Ja, schön. Und nun? Ja, geht erst mal einen Kaffee trinken oder so, ne? Hier muss ja nichts gemacht werden. Ach. Pff. Warum auch? Ach, Leute. Ja, gut. Dann müssen wir eben... Ist das jetzt eine direkte Mission? Wahrscheinlich schon, oder? Blackwater hat er gesagt. Oder? Ja, wo sonst? Am Frachthafen irgendwo. Oder wird es dann noch freigeschaltet? Ich weiß es nicht, Leute. Vielleicht müssen wir auch zuerst eine Mission bei Sadie machen. Oder es dauert erst mal eine Nacht, bis das dann freigeschaltet ist, weil... Ich vermute, die müssen ja erst mal ja den ganzen Shit wegräumen. Durch den Einsturz. Ja, wir sehen uns jetzt erst mal kurz am Frachthafen um. Ach ja, und hier ist wieder der Bettler. Also der Blinde. Ja, komm hier, gib Ruhe. Ich weiß gar nicht, wie oft ich denen schon einen Dollar gegeben habe. Ja, willst du jetzt was oder nicht? Ach, jetzt? Mal an. So, erst mal ein bisschen Respekt wieder oder Ehre hochfüllen. Weil wir haben auch ganz schön was verloren. Durch die ganzen Herausforderungen, vor allem durch die, ja, Diebes-Herausforderungen. Ach, Leute. Was bin ich wieder froh, hier in der Story zu sein? Einfach doch mega. Und Sean freut sich natürlich genauso. Denn er will euch ja natürlich jetzt in den Missionen seine ganzen gelernten Skis zeigen. Und wie gut er geworden ist, vor allem schießen und alles. Ja, natürlich haben wir auch alle Amulette und Talismanne. Das heißt, wir sind einfach komplett OP für die nachfolgenden Missionen. Aber gut, so ist es halt, ne? Ist auch hart erkämpft. Da nehme ich das auch gerne in Anspruch. So, und hier muss es ja wahrscheinlich eigentlich irgendwo sein. Aber gut, wenn hier natürlich nichts ist, dann machen wir einfach mal bei Sadie weiter. Oder ist unsere Lage jetzt woanders? Ne, es ist immer noch ganz normal Beachless Hope. Na gut. Leute, wir machen jetzt einfach mal bei Sadie weiter. Ich freue mich jetzt auch extrem, sie mal wieder zu sehen. Weil sie sah ja im letzten Part schon aus wie ein richtiger Outlaw. Also die war wirklich komplett gestört drauf. Aber das ist halt auch ihr Charakter. Ach ja, drüben sitzt sie. Ich dachte jetzt schon, hä, wo ist sie denn? Ja, sie hat schon einen schönen Colt neben sich liegen. Ein Tag ehrlicher Arbeit. Ich glaube, But same as most people. I guess. Funny thing about this job, well, opportunity. I just might get to be all three again. How do you mean? You ever heard of Shane Finley? Cattle wrestler? Murder, thief, child killer. He's wanted in five states. I caught him last week. He was disguised as a lady in a house for fallen women. I was bringing him in, and I got robbed. A professional rival of mine, James Langton. Oh, he's a nasty bastard. I didn't much like him even before he robbed me. That happened a lot. This line of work. Yeah, but they're all people like me. Anyway, now they're holed up in the desert down south, waiting to head north so they can hand them in to the state troopers in the north country. I'd given up on the job as just a bad lot, but now that you're here, maybe we can go rob them back. Is the money good? Yeah, it's real good. Plus, I don't much like getting robbed by no one. Come on. Where is it we're heading again, you say? South. Thanks, mister. Nach Süden. Und Sadie hat natürlich auch ein schönes Pferd. Kann man so festhalten. Ja, und sie wurde bestohlen. Das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Und sie kann es sich auf sie sitzen lassen, ist klar. Na dann. Los geht's. Folge Sadie. Ja, weil die Farbe sieht geil aus. Ja, weil die Farbe sieht geil aus. Stayed north or gone off somewhere else or dropped down dead in their own tracks. It's good country. All country is good. It's just folk that are bad. You know who I got up there with me? Uncle. Besides uncle. Abigail? Abigail ain't come there just yet. Really? You, er, want to talk about it? Well, maybe, but Charles Smith. We found Charles Smith. Charles? He's alive? Yeah. He's doing... Okay. He was prizefighting in Saint-Denis. We weren't seeming too well. He took everything real hard. But, I think life on the plains is gonna be good for them. Das glaube ich aber auch. Na, du kannst uns da einfach besuchen kommen. You know, you can come along too. Build a cabin on the land. I've done that all before. Can't do it again. I'm on my own now, John. I ain't so good with people. The offer's there. Whenever you want it. Also Sadie würde ich gerne auf dem Hof ruhen lassen. Makin' up, but kind. You heard anything of Dutch? Nothin'. You? No. You'd think. He's a colorful character. Word would get out. That's one way of puttin' it. Look. What happened with the gang changed everyone who was a part of it. The Dutch who put a blanket round me after the O'Driscolls. They weren't the same man at Beaver Hollow. And now, he might not be so colorful no more. You see a man whose character changed. I see a man who got found out for who he truly was. We was fools to follow him. I was a fool and I paid for it. And I was one of the lucky ones. Micah, John. Micah is the one who said it off. I blame me for following Dutch for too long. But I blame Micah for most everything else. He's out there. Oh ja, und der wird da verbüßen. I hope we'll find him. But not now. Come on. Ich hoffe natürlich, dass wir Micah irgendwann finden und ihm das alles zurückzahlen können. Vereinigt das mit Arthur. Ah, da sitzt dann jetzt noch ein bisschen in den Knochen, ne? Das ist schon heftig, wie krass diese Story ist in Red Dead Redemption 2. Einfach nur unfassbar, was sie in diesem Game geleistet haben. Aber, wie gesagt, mein Schluss, Review. Gibt's dann im letzten Part, also im Final-Part. Correct, again. Though the giving back part is optimistic. I'm forever the optimist. Na, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Wenn ich mal zu fragen darf. Oh, wir sind ganz schön weit geritten. Gleich bei Amadello. You know, I've been doing some bounty hunting of my own since I last saw you. I ain't gonna make a habit of it. We cut off here. Ja, wir haben tatsächlich ganz schön viele Kopfgeldjagden gemacht. so ziemlich fast alle, die es gibt schon. Also, jetzt mal nicht so kleinlich hier. Oh ja, das ist wirklich eine geile Aussicht. Da sehen wir ja echt alles. Und ist das hier vorn vielleicht schon Amadello? Das könnte tatsächlich sein. Nütze das Fernglas oder ein Zielfernrohr um Amadello. Jawohl, auszukundschaften. Okay, dann machen wir das mal. Ach, hier sind sie. Oh, die haben irgendjemanden hinten drauf. also der Erste. Ja, dann aber mal los, weil die reiten ganz schön schnell davon. wo ist denn mein Pferd? Ah, hier drüben. Na dann, zeig mal, was dein Pferd kann. Achso, den kennen wir, meinst du noch? Oh, können wir sie jetzt ausschalten, gleich von oben? Wo sind sie denn? Oder sind sie schon da? Ach, dort unten. Oh, ja. Ja, dann weiter geht's. Können wir doch einfach abballern, Mann, Sadie. Was hat er jetzt keinen großen Hehl draus? Ich weiß es selber nicht. Aber du führst gern Selbstgespräche. Na gut, ich auch. Ich führe sie eigentlich durchgängig hier in den Videos. Na dann, reite mal vor. Aber hier unten stehen auch noch irgendwelche Typis. Habt ihr die gerade gesehen? Woher kommen sie bestimmt gleich? Hier vorne ist ja ein Weg, ne? Ich will aber, achso, ich hab Waffen dabei, okay. Ja. Ich will eigentlich jeden niederballern. Betrohen? Betrohen? Was ist das? Oder machen wir es so? Genau. Ja, ich hab auch das Wohlen im Block. Hab ich auch am Start. Ach nein. Scheiße. Ich glaub, die hören noch nicht mal. ja, so viel dazu. Aber gut, damit hatte ich gerechnet. So, Freunde. Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Oh, die Mucke ist aber geil. Achso, geht weiter. Ja, Sadie, was machst du denn? Einfach nur rausbrechen. Mehr ist das nicht. was ist so geil. Das ist so geil. Auf geht's. Eigentlich würde ich ja gern mit den Pferden losreiten, aber anscheinend geht das nicht. Ja gut, wir können uns natürlich auch so hier durchballern. Ach, hier oben. Ja, da hätte ich ja wirklich fast das Rolling Clock nehmen können. Oh, wow, wow, wow. Sorry, guys. Das war's mit euch. Oh, yeah. Ich bin wieder voll im Modus, Leute. Alter, wie viele kommen denn aber jetzt noch? Guckt euch mal das Leichenfeld hier an. Na, und hier unten? Oh, hier drüben. Oh, oh, wow. Und das Sadie ist ja. Aber zumindest die zwei haben wir noch. Ich glaube, wir müssen ein Wettbewerb rauskommen. Wir brauchen unsere Hörer. Ich weiß, Oh nein. Was? Wo ist er eigentlich Lenkton? Hat er da nicht einen weißen Hut auf? Hm, na gut. Lege ich einen Finlay auf den Pferd. Ach nein, ich will ihn natürlich erst mal noch blindern. Halt, wieder runter mit dir. So, blündern erst mal. Gucken, was der Gute dabei hat. Silberne Gürtel ist, ne? Wundertonicum, ja, nice. Das ist natürlich gut. So, Alpha, dann geben wir lieber mal den Übeltäter hier. Und ich trinke erst mal noch ja komm, Schlangenöl. Können wir doch mal nehmen. Weil es wird doch bestimmt gleich nochmal abgehen, oder? Ja, ich hab's gewusst. Bam. Achso, ja, geht's weiter. Boah, wie viele Kollegen der Typ bei Evomat. Heftig. What? Wieso ist die down? Ey, ich seh die nicht dein Ernst. Was ist bei dir los? Da stirbt die einfach weg. Ja, ganz klasse. Ja, ess noch was ordentliches. Was nehmen wir mal? Genau, Wildfleisch. Seh ich denn eigentlich das Leben von Sadie? Hallo, nimmst du jetzt mal vielleicht ein Repetiergewehr? Na, komm. Ach, verdammt. So. wo sind denn die People ist hier? Bam. So, jetzt machen wir den Ganzen hier mal schön ein Ende. Und tschau. Sehen die Brusten nicht mehr zu ballern, die sind alle down. y cómo seh? Ja, wir haben ihn jetzt auch ernst. Ja, eben. Nee, ich schlag ihn nicht. Ich will mir erstmal noch anhören, was er zu sagen hat. Na, sagst du noch was, oder muss ich dich schlagen? Damit du was sagst. Ja, gut, dann schlag ich dich. Ja, sagst du noch was, oder? Ja, sagst du noch was, oder? Ja, sagst du noch was, oder? Ja, aber ich denke, wir können doch schon noch ein paar Missionen mit Sadie machen, oder? Na, ich glaube, da hört das nicht mehr bei dem Schlag, den ich dir gegeben habe. Aber da, Gute wird jetzt schön eingebuchtet. Ab ins Kitchen mit dir. Und dann holen wir mal schön unsere Belohnung ab. Ach, jetzt ist er aufgewacht. Na, das tut mir ja wirklich leid für dich. Und viel Spaß dir hier. Ja, das tut mir leid für dich. Oh, und James Langton ist dead. Wir killed ihn. Warum hast du so gemacht? Es war er das, dass ich mich verraten. Okay. Hier. Hier ist ein guter Preis, Ron Finley. Mhm, ich weiß. Ja. Du willst das Geld zu gehen, die Bank, auch? Nein, ich nehme es mir selbst. Okay, Jim Milton. Es ist John Marston hier. All right, well, wenn du mehr Geld hast, kannst du mich in der Stadt finden. Oder vielleicht ich finde dich. Ich bin retired. Sure. Be well, John. Adieu, Sadie. 200 Dollar bekommen, ja, geil. Das kann man mal machen, oder? Ja, Leute, wie es jetzt hier weitergeht, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr dieser Folge ein Like gebt. und natürlich auch beim nächsten Mal hier wieder am Start seid. Bis dahin macht's gut und ciao. Tschüss. 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 Tschüss.